Hallo, mein Name ist Laurin Denker. Wir sind hier in der Stadtbibliothek Hannover, genauer gesagt in der Zentralbibliothek an der Hildesheimer Straße. Ich bin angestellt als Medienpädagogin und wir reden hier heute über den Julius Club. Und der Julius Club wird dieses Jahr coronabedingt auch ein wenig anders ablaufen. Natürlich könnt ihr in die Bibliotheken, die geöffnet sind, gehen und euch ganz viele tolle Bücher ausleihen. Aber ein ganz großer Inhalt vom Julius Club sind ja auch immer die tollen Veranstaltungen und Clubtreffen. Die planen wir, soweit es geht, auch weiterhin durchzuführen mit einer kleineren Anzahl von Teilnehmenden. Und wir haben uns da ganz viel überlegt, wo man halt auch Abstand halten kann. Ein Filmabend, wo man sich dann weiter auseinandersetzt oder eine Schnitzeljagd, wo man draußen ist auf Englisch. Oder ganz viele unterschiedliche Sachen, die ihr dann auch dem Veranstaltungsflyer entnehmen könnt. Und ja, wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß am Julius Club habt wie sonst auch. Er ist vielleicht sogar noch viel wichtiger als sonst, weil viele nicht in den Urlaub fahren können. Und da ist Lesen auf jeden Fall immer eine gute Alternative, aber dieses Jahr umso mehr. Und wir freuen uns auf eure Anmeldung.